Mein Name ist Kaspar Johann, ich bin Geschäftsführer der Firma Primatech Metallverarbeitungs GmbH und ich habe das Unternehmen im November 2006 gegründet. Da sind wir mit vier Mitarbeitern gestartet und haben begonnen mit Platinenschneiden, einzelne Abkantungen bis hin zu kleineren Schweißbaugruppen. Aber unser großes Ziel war natürlich, dass wir fertige Montagebaugruppen zu unseren Kunden liefern können und da sind wir jetzt angelangt. Wir sind mittlerweile bei 57 Mitarbeitern angelangt. Wir arbeiten im Zweischichtbetrieb und teilweise arbeiten vor allem die Automatisierungsinseln auch im Dreischichtbetrieb. Unsere Hauptkunden liegen im Bereich erneuerbare Energien, Anlagenbau, Automatisierungstechnik, Maschinenbau und Fahrzeugbau. Wir haben natürlich Dünnblechteile bisher konventionell gefertigt, teilweise auch automatisiert, aber haben natürlich festgestellt, dass das in der Prozesssicherheit im Ablauf nicht optimal ist und auch der Durchsatz war nicht zufriedenstellend für uns. Deshalb mussten wir uns um eine andere Lösung umschauen und sind dann auf die Schwenkbiegetechnologie gekommen. Also für uns war ausschlaggebend für die Entscheidung von der Schwenkbiegetechnologie die absolute Prozesssicherheit. Das ist erstaunlich, wie prozesssicher die Teile gefertigt werden können, der enorme Durchsatz. Wir haben uns da einige Anbieter angeschaut, aber die Kompetenz von Salvanini hat uns überzeugt. Die Maschine rüstet vollautomatisiert. Das kommt uns zugute, weil wir in der Lage sind, kleine Losgrößen zu fertigen. Dadurch haben wir einen sehr schnellen Durchsatz und die Wiederholgenauigkeit liegt bei absolut 100%. Das ist erstaunlich. Mit der Salvanini-Technologie sind wir Blechchargen unabhängig und wir sind völlig frei in der Programmierung, wo die Platine am Blech platziert wird. Für Prima Deco Slonfertige ist es ganz wichtig, dass wir die absolute Flexibilität in unseren Prozessen haben. Mit der Salvanini P2 ist es völlig egal, ob das ein Teil aus der erneuerbaren Energie ist, ob das im Fahrzeugbau ist, Anlagenbau ist, ist völlig egal. Wir können zu jeder Zeit mit null Rüstaufwand völlig andere Teile produzieren. Mit dieser Technologie wurde es uns möglich, dass wir auch größere Aufträge annehmen. Die können prozesssicher in der Produktion durchlaufen und es ergeben sich völlig neue Möglichkeiten in der Radienfertigung, die ja durchaus ein gewisses Handicap waren in der herkömmlichen Fertigung bei Abgabenpreisen. Für Prima Deco ist es wichtig, dass wir für unsere Kunden wettbewerbsfähige Preise erzielen. Mit der P2-Technologie konnten wir die Stückkosten reduzieren. Wir investieren nur in Maschinen mit Automatisierungsmöglichkeit, um bei der P2-Weise es jederzeit möglich, einen Handicroboter anzubauen. Als nächster Schritt wird bei uns ein AGV installiert, der die Versorgung der einzelnen Maschinen und Arbeitsplätze vollautomatisiert übernimmt. Mit Salvanini haben wir den richtigen Partner gefunden und als Landfertiger ist es ein Muss, diese Technologie anbieten zu können. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das war's für funk, 2017 ….